Ich verstehe diese Angst vor Dingern schon. Eine Kakerlake ist halt schon wirklich widerlich. Also eine Kakerlake ist wirklich widerlich. Sie schaut dich und weint. Oh Lola, nicht weinen. Nein, ich weine nicht. Wer sagt das denn? Vielleicht sollte sie an der Rezeption einfach mal fragen, ob sie irgendwie so zwei, drei Vogelspinnen bekommt. Ich glaube, die essen Kakerlaken.